Hallo Römerlin, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Aufstoßen. Lego Star Wars. Wir sind in Episode 6 immer noch und jetzt mittlerweile Kapitel 3. Schlitten-Showdown. Das heißt, es ist ein Schlitten-Level oder wie? Also müssen wir irgendwie fahren? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ein... Nee, gar nicht. War es ja nicht. Wir hatten ja eben den Anfang... Eben? Was? Gestern. So. Ja, doch. Gestern. Für euch auch. Ja, richtig. Äh, nee. Für euch war es vorgestern. Ja. Nee, gestern. Also für euch war es gestern... Ach, egal. Also, ja. Gestern. Mann. So, wir hatten gestern schon den Part... Oder den, den, den... Das Dings hier... Gesehen. So. Meine Güte. Ja, wir sind gut. Gut. Geil. Bam. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Obwohl, eigentlich will ich durch das Level ein bisschen speeden. Weil ich Angst habe, dass wir sonst... Müssen wir jetzt so rauf. Ja. Sie bringt uns rüber. Äh, er bringt uns rüber. So, dann können wir das... Hä? Äh... Okay. Tausender. Nice. Ähm... Ja, weil ich nur weg muss. Gleich. Auch. Bald. Äh. Okay. Bring mich hoch, Luke. Okay, das muss ich selber machen. Ja, toll. Okay. Äh... Boah, das Level kenne ich halt einfach gar nicht. Okay, bringt das nur, es gleich hier wieder hoch zu gehen? Eigentlich ja nicht, oder? Keine Ahnung. Das ist eine Sonne. Müssen wir die zerstören? Ich glaube, das geht nicht, oder? Können wir das? Nee, können wir nicht. Okay. Ich bin verwirrt. Och, nee. Gegner. Ätzend. Okay, jetzt können wir... Oh, nein. Müssen sogar wirklich mit dem Schlitten fahren, fliegen. Oh, sind diese Dinger schnell. Oh, sind diese Dinger schnell. Wir haben einen besiegt. Ich mache einfach alles kaputt. Ich schieße aber die ganze Zeit und mache alles kaputt. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aber... Okay, da habe ich gerade ein Minikit oder so aktiviert. Ich habe keine Ahnung. Hier auch? Beziehungsweise, da komme ich auch zu einem Minikit. Erwürrung. Kann ich den jetzt mal treffen? Au. Ey. Nein. Oh. Da war ein Minikit. Ich wollte es haben. Wir haben ihn immer noch nicht. Okay. Okay. Den haben wir auch besiegt. Okay. Oh, nee. Zack. Zack. Hm. Okay. Wir versuchen den jetzt erstmal zu besiegen. Ich weiß nämlich nicht. Ja, okay. Es kommt keine mehr nach, wie es aussieht. Muss man das Herzchen einsammeln? Braucht ich eigentlich gar nicht, ne? Okay. Zack. Au. Mann. Bam. Ey. Ist das... Ah. Okay. Was müssen wir machen? Müssen wir jetzt echt so und so viele Wellen wieder durchmachen? Keine Ahnung. Geh weg. Also, hör auf wegzugehen, meine ich. Ist das dein Ernst? Gott. Ah. Mann. Ich hasse diese... Dinger. Ich geh jetzt rein. Einfach alles kaputt treten. Okay, was schließt sich hier ab? Achtung. Okay. Okay. Oh, nee. Kann ich das auch mit so einem Schlitten machen, bitte? Geh weg. Okay, ich glaube, ich muss wieder in den Schlitten gehen. Oder in sowas. Ja. Eingehen. Okay. Das ist kompliziert. Und ich bin irgendwie... Ich rede schon wieder viel zu wenig, oder? Ich glaube schon. Okay, hier haben wir das. Genau. Zack. Minikit. Okay. 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 Hier kommen wir auch hoch und Minikit holen. Genau. Mann. Ist das dein Ernst? Die haben mich da weggedrängt, Alter. Was ist das? Danke. Setten wir. Minikit. Mann, ich fliege auch einfach überall gegen, ey. Okay, hier können wir jetzt auch nochmal hoch. Genau. Was? Minikit. Minikit. Ist das jetzt die Minikit hier? Ist mir egal. Wie ich da hinkomme, weiß ich nicht. Das Minikit hier oben hatten wir schon. Genau. Da weiß ich nicht, was da oben ist. Da oben will ich auch mal langfahren. Aber da schien mir auch gerade nichts zu sein. Äh, den... Warra Jedi werden wir hier auf jeden Fall nicht bekommen, ey. Ich mach das jetzt so, Alter. Ich spame jetzt den Knopf. Ist mir egal. Schieß nicht mehr. Um einiges. Okay, den hätten wir auch. Das ist der letzte. Den wir jetzt auch besiegen werden. Komm. Wo schieße ich denn hin oder wo schießt der denn hin hier? Der liebe Luke. Wolle nicht in die Richtung von den Typen. Also eben. Schon wieder. Viel zu sehr zur Seite. Sonst haben die immer so Homing-Shots eigentlich so, wisst ihr? Kann ich mich irgendwie abspeeden oder so? Nee. Irgendwie geht das nicht. Komm schon! Oh, es ist ein anstrengendes Level. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Mann. Kusch! Äh, ich hasse solche Level. Wieso ist es die letzte Episode voll mit solchen Leveln, wo dauerhaft irgendwelche Gegner nachkommen? Oh, ist das anstrengend. Oh, ist das anstrengend, Alter. Ohne Witz. Ein Scheiß ist das, ey. Schon wieder. Noch mehr Gegner. Kusch! Ihr geht mir auf bei Eier. Oh! Wo schießt der hin? Hör auf, da hinten hinzuschießen! Okay, vier von den Teilen... Alter, ne? Ich bin gerade irgendwie froh, dass dieses Spiel bald vorbei ist. Das ist nämlich langsam echt übel nervig. In jedem verkackten Level. In jedem... In jedem... ...verkackten... ...Level! So, es kommen aber nicht hoch wahrscheinlich, ne? Obwohl, wartet mal. Vielleicht kann ich's buggen. Warte, geht das? Ich mach das mal so. Ne, geht nicht. Okay, ich versuch's gar nicht weiter. An das Minikit da oben, wenn wir nicht rankommen. Jetzt muss ich auch noch vier davon besiegen. Alter! Okay. Okay. Komm! Den haben wir. Sehr geil. Wo schießt Luke hin? Ohne Witz, Alter. Wo hat er gerade hingeschossen? Der war gerade easy. Einfach nur geradeaus zu. Geradeaus. Einfach nur. Schon wieder. Den haben wir auch. Okay. Kommen die nächsten beiden. Boah, es will immer... Boah. Es will immer wieder zurück einmal müssen. Und dann kann ich eigentlich auch einfach... Ja, ich kann auch einfach stehen bleiben, glaube ich, einmal. Das macht, glaube ich, viel mehr Sinn. Wieso werde ich nicht langsamer? Alter! Wieso werde ich nicht langsamer? Das macht keinen Sinn. Den haben wir. Dass wir nicht langsamer werden. Ist auch irgendwie... Wir müssen uns einmal umdrehen. Das ist so anstrengend, Alter. Ich habe aber die ganze Zeit nichts gedrückt. Außer ein bisschen zur Seite halt. Aber mehr auch nicht. Wir müssen das Ganze noch zweimal machen. Also das jetzt noch einmal. Und danach noch einmal. Oh, nee, ey. Geht weg. Geht weg. Ihr seid anstrengend. Und nervig. Kusch. Weg. Oh! Ey, es tut mir leid, dass ich in den letzten Parts die ganze Zeit nur angepisst bin. Aber das ist so ätzend, die ganze Zeit nur solche Level zu haben. Geh weg. Oh, du nervt mich nicht. Alter. Komm her. Warum? 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 Junge! Okay, so ist, glaube ich, sinnvoller. Warum mache ich das vorher nicht? Greif das an. Hä? Ich glaube, jetzt bleibt Lea. Die kann diese Dinger viel besser besiegen als Luke. Okay, komm. Und nochmal fünf von den Teilen besiegen. Und ich wollte, dass es ein kurzer Part wird, ey. Dass es ein kurzer Part ist, kann ich mir abschminken. Das kann ich mir abschminken, ey. Oh, ich hoffe, das Level ist zumindest sofort vorbei. Nach diesem ganzen hier, ey. Ich hoffe es. Also, am Anfang hat das Spiel noch mega viel Spaß gemacht. Naja, aber mittlerweile, mittlerweile ist es echt einfach nur ein Kackspiel. Einfach nur ein Kackspiel. Was für uns auch nicht einmal mit Springen einmal so locker wird. Doch, hä? Seit wann? Ich habe das eben die ganze Zeit versucht. Das hat nicht funktioniert. Okay. Das macht Sinn. Komm schon. Treff ihn. Wo schießt du denn hin, Alter? Jetzt, jetzt. Wo schießt du denn hin? Guck mal, der ist genau vor ihr. Ei, ich kriege einen Föhn hier. Ohne Witz. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Der Part wird heißen, es macht keinen Spaß mehr. So wird dieser Part definitiv heißen. Ich sag's euch. So wird er heißen. Es macht keinen Spaß mehr. Wieso kommen die jetzt noch? Eben waren sie nicht mehr da. Hä? Ich verstehe es nicht. Geht weg. Hä? Ich muss ihn nochmal hoch, oder wie? Ne, es macht keinen Sinn. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung. Bam. Jetzt? Jetzt? Muss ich jetzt runterholen? Mit der Macht, oder so? Ne. Wie viele von diesen Gegnern wollen noch kommen? Okay, ich muss hier rüber. Ah. Alles klar. Ja. Ja. Das zusammenbauen. Irgendwie. Dann bewegen. Okay. Geht weg. Mann, geh weg. Oh. Keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Das Spiel ist doof. Hätte ich das nicht schon zerstört? Okay. Spawnt der wieder? Ja gut, spawnt wieder. Hä? Komm ich hier rüber? Achso. Oh Mann. Zack. Rein. Rüberlaufen. Geht weg. Wo zielt er hin? Ziel da oben rauf. Danke. Ziel da... Äh. Anstrengend. Einfach nur anstrengend. So kann... Muss ich jetzt... Warum muss ich jetzt weitermachen? Muss ich jetzt hiermit weitermachen? Ne. Ich... Ich fahre jetzt davon. Okay. Ich darf nicht. Da oben... Komm ich eh nicht hin. Das heißt, das machen wir eh nicht. Oder müssen wir eh nicht machen. Ich will die beiden Tausender da oben haben. Danke. Und jetzt nur noch, dass sie runterdrücken. Und immer noch nicht beim Ende. Immer noch nicht. Okay. Wir müssen diese Haken hier erst mal zerstören. Natürlich. Ist auch gar nicht nervig oder so. Äh. Das hier. Wie kann es denn sein, dass diese Haken wiederkommen? Und wie soll man dagegen bitte eine Chance haben? Alter. Wie? Sag es mir. So. Das geht auch wieder. Genau. Jetzt geht das wieder. Okay. Jetzt. Ist das dein Ernst? Okay. Ist der Flug angegriffen? Schön. Dreh dich schneller. Oh Gott. Das ist so anstrengend. Okay. Und jetzt können wir diese beiden Hebel betätigen. Mach hin, der Luke. Bitte lasst das Level vorbei sein. Ohne Witz. Ich muss los. Scheiße. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ja. Ja. Endlich. Okay. Wahre Jedi. Ja. Haben wir alles nicht. Es tut mir leid, Leute. Ich hab einfach echt... Ich hab keine Lust mehr auf dieses Spiel gerade. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Spiel. Aber ich hoffe, euch hat ein paar trotzdem gefallen. Wahrscheinlich nicht. Tut mir leid. Äh. Ja. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut... Da rein. Na.